Dieser zur Miete angebotene gut gepflegte Laden befindet sich in Hamburg-Beidelstedt. Der Laden wurde 2012 saniert und wird über eine Zentralheizung beheizt. Auf einer Gesamtfläche von ca. 98 Quadratmetern weist das Objekt eine Verkaufsfläche von ca. 85 Quadratmetern auf. Den Preis des Ladengeschäfts erhalten Sie auf Anfrage. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.